Ich hätte mich nicht für das größte spielzeug entschieden ich hätte mich für diesen kleinen freund hier entschieden ich finde den unfassbar süß Sollen wir den mal her holen ich glaube der hat sich ein konfetti ein bisschen verfangen aber das ist ja gar nicht schlimm wie gesagt ersatzrotoren sind auch mit dabei ich finde das auch schön mit der beleuchtung habt ihr die schon gesehen die rot und grüne beleuchtung ja dann sieht man den auch im dunkeln das ja auch super gibt ich kenne die auch nur in xxl und das ist wirklich eine ganz kleine mini drohne oder kleine mini quadro copter eben auch für die ich werde gleich mehrere kaufen also wenn sie mehrere kindern enkelkinder haben sie merken ja schon auch die großen Spaß also gleich für den preis mehrfach zugreifen die bestellnummer ist die nx 942 und die 569 unser neuer schnäppchen für sie 4 6 7 8 9 10 11 12 16 15 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020